Moin und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Travel Vlogger News. Heute geht es um Marken- und Produkte Piraterie. Dies ist eine gefälschte Ray-Ban Wayfarer aus Kroatien. Aber schauen wir uns doch mal genauer an, was die anderen Reisevlogger so mitbringen und in ihren Videos verwursten. Und ganz genau darum geht es in den heutigen Video. Los geht's! Ich bin gestern über ein älteres Video von Dirk Kreuter, dem erfolgreichsten Vertriebscoach in Deutschland gestolpert. Und in dem älteren Video hat er erzählt, dass er gerade in Bangkok ist und für seinen Freund eine gefälschte Rolex mitbringen möchte. Des Weiteren ist kürzlich ein Video in den Trends gelandet von Felix Bahr. Felix Bahr betreibt auch einen Vlogging-Channel, der ist auch der erfolgreichste in Deutschland mit weit über 100.000 Abonnenten. Und da hat er sich ein gefälschtes iPhone aus China mitgebracht und hat das vor der Kamera mit einem Original-iPhone verglichen. Das Video ging ziemlich steil. Doch schauen wir uns mal an, was der Zoll dazu meint. Bei Waren im persönlichen Gepäck des Reisenden ohne kommerziellen Charakter schreitet die Zollbehörde nach den Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes nicht ein. Ergeben sich jedoch im Hinblick auf Art und Menge der nachgeahmten oder gefälschten Waren, der Person, des Beteiligten oder aufgrund sonstiger Umstände und Anhaltspunkte für ein gewerbliches Handeln greift diese Ausnahme nicht. Meiner Meinung nach sollte man davon ausgehen, dass ein Vertriebscoach wie Dick Kräuter die Zollbestimmungen kennen sollte. Beziehungsweise die besser kennt als ein normalsterblicher Mensch. Viel spannender ist aber eigentlich der Fall von Felix Bahr, weil er nachweislich Geld damit verdient, solche Videos zu erstellen. Wenn dieses gefälschte iPhone Mittel zum Zweck war, sehe ich das sehr heikel. Seid vorsichtig mit Plagiaten und informiert euch, was ihr mitbringen dürft und was nicht. Ich bin kein Rechtsanwalt und kann das nicht beurteilen. Das Internet ist für uns alle Neuland und es... Wie steht ihr dazu? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.